Oh, Junge im Leben des Himmels, Alter. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr Leute. Ich kann einfach nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Jetzt bin ich, ich kann nicht mehr. Ich kann wirklich nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Ich kann nicht mehr Leute. Ich kann einfach nicht mehr ey. Das ist nicht passiert jetzt schon wieder. Man das macht so gar keinen Bock Alter. Das macht sowas von gar keinen Spaß. So, guck mal, ich drücke hier bei Cristiano L1, damit ich den schicke. Ich sehe, der Spieler nimmt halt nicht den Im-Verteidiger an, dann ist schon immer Rippein, nicht? Spielt es den Stürmer an, der hat immer noch nicht IV, mach es nach links. Kannst links und rechts Schusstäuschung machen, dann ist es immer easy Treffer. Es geht halt sehr, sehr einfach. Wo habe ich das noch gemacht? Hier, glaube ich. Hier kann man auch nochmal sehen. Spielt es einfach an, Schusstäuschung. Wenn der IV nicht angewählt hat, ist es immer Rippein. Wie gesagt, vorher wichtig, L1 den Stürmer zu schicken. Hau jetzt mal einen raus, sag mal Foot Birthday. Alles Gute, EA. Walkout, let's go. Das ist einer. Deutschland, ZOM. Sané. Geil. Ja. Komm in die Kamera, das ist mir scheißegal. Komm in die Kamera, doch. Doch, bitte, komm in die Kamera. Ja. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus, hat FIFA Deutschland. Alter, bitte, lass das tradable sein jetzt. Ja, und noch ein 89er dahinter. Digga, ich glaube, ich glaube, dass Mondi besser als Mondi, äh, perfekt, ich glaube, dass Mondi besser als Maldini ist. Komm, gönn, gönn, irgendwie ein random Kopfballtor. Wuuuuh, was? Ein geiles Tor. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie rand. Was hat er da gemacht? Mit Zwischenstation funktioniert es jetzt hier. Fernange. Okay, ich glaube, das war der schönste Loopfall, den ich hier gesehen habe. Doch, mich. Es passt, 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 es passt. Ich möchte einfach, stell dir vor, ich hätte noch Minecraft spielen können mit Chris. Oh mein fucking Gott. Was habe ich mit dem Bastard gemacht? Ich hatte noch keinen über 83. Oh, Lukas Mura! Lukas Mura! Lukas Mura! Lukas Mura! Lukas Mura, Junge! Ah, der sieht das, ne? Dann machen wir es anders. Dann können wir es auch anders. Das ist einfach, wie schlecht es ist, ne? Guck mal, Basen Babu, das ist das zweite Mal von ihm in den letzten beiden Spielen. Guck es dir an, guck es dir an. Und allein, dass der Ball auch... Guck mal, Radetzky, guck mal Radetzky! Also wirklich, dieses Tor ist einfach schon ein einziger Clip. Gießen, wo du darfst nochmal, digga. Guck es dir an. Guck es dir an. Oh Gott, Radetzky jetzt. Hihi! 7-5er, gönn mir irgendeine Prime Moments als Dings hier, digga. Ich habe keinen Bock mehr. Workout! Oh, Reichen, Reichen, Reichen! Spanien! Torwart! Huh? Nee! 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 Tidal Tididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid 얼마 Ah! Oh! Haha! Und wieder kein Workout J gelecek! Schicks games! Jungs, das sage ich zu meinen ganzen Packs, die ich heute Abend geöffnet habe, wie schön die alle waren und wie viel Spaß mir das bereitet hat heute. Ich kriege es 1-0 direkt, ich bin schon wieder im Game. Ich bin schon wieder in der nächsten Runde und er ist sozusagen der Held mit diesem entscheidenden Elfmeter und er hat mal vorgezeigt, Nervenprobleme hat er nicht. Ich habe ihn so häufig genommen, geschlafen mit dem Scheißkotter, der einen Scheißpflaster hat, hau ich dir trotzdem 6-0 weg, du bist so kacke, Digga. Lululu, Lukas Podolski, da ist er. Ah, scheiße, wieso so eine Scheiße schon wieder? Ja, perfekt, ich liebe dieses Scheißverdammt. Ja, wichtig. Ich hasse das, ich hasse das, ganz dicker Zehner. Ich bin reich und ich scheiß auf alles. Ach. Oh Gott. Oh, jetzt, oh komm. Herr Mosow, nee. Inaki Williams. Inaki Williams. Alter, der ist richtig gut, Digga. Aber leider anspelt, Digga. Aber der ist gut, Digga. Der ist stark. Komm, Herr Wolle, komm. Nehmer jetzt. Gefährliche Szene. Da hat er durchaus Optionen. Nehmer muss es machen. So, geht er gleich gut los hier. Tschüss Tor. Ich muss sagen, die Stimmung hier gefitten. Es gibt keine Pausen mehr. Oh, ho, 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 ho. Ja, Messi. Juso, okay. Dieser Messi, der fehlt mir. Also wirklich Leute, die Spaß haben, SBCs zu machen, ganz komische. Ich habe gerade meine ersten drei Spiele gemacht, alle gewonnen, aber trotzdem keinen Bock mehr. Warum ist das so? Weil das Spiel keinen Spaß macht. Deswegen.